Werden Ausländer hier schlechter behandelt als Inländer? Hatte ich jetzt einfach Glück, dass der Besitzer von dem Grundstück auch in der Zirkusshow war? Eine Kettung von Dingen, die man nicht vorher sagen kann, aber Dankeschön. Dankeschön, vor allem Luana, Dankeschön. My Trip mit Suhle immer entlang der südwestlichen Europaküste. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wünsche dir ganz viel Spaß bei meiner neuen Folge. Endlich, Luana hat ihn erreicht. Den Besitzer von diesem Privatgrundstück, der ein Plätzchen für meine Suhle haben könnte. Und ich habe daneben gesessen und ich habe natürlich so ein bisschen was gehört, was er durchs Telefon gesagt hat. Und er hatte auf jeden Fall einen Platz und ich dachte mir so, ja, 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 er hat einen Platz. Und dann halt, okay, wie viel kostet der, hat sie dann gefragt. Und ich habe es halt so grob verstanden und ich habe halt irgendwas von einer 3 und einer 5 gehört. Und ich dachte mir so, boah, ey, sind das jetzt 350 oder 35? Also in meinem Kopf war eigentlich 35 in dem, was ich verstanden habe. Aber es konnte ja nicht sein, weil das überall so teuer war. Und da dachte ich so, boah, nee, 350, nein. Ich dachte, das wäre billiger. Oh nein. Ich habe dann die Zahl, die ich verstanden, zu glaubte, zu verstehen, nochmal bei Google-Übersetzer eingegeben. Und habe ihr das dann halt vorgezeigt, ob das das ist. Und sie meinte so, ja, gleich, gleich, gleich. Und weil sie hatte auch noch was anderes, was sie ihn fragen wollte, weil sie einen Camper, ja, einen Karawan für sich sucht, einfach nur um, also quasi als begehbaren Kleiderschrank um ein paar Sachen halt woanders zu lassen. Und dann hat sie aufgelegt und meinte so, wie es halt war. Und es waren tatsächlich, er hat einen Platz für drei Wochen für mich für 35 Euro. Und ich könnte sofort drauf. Und das ist halt der Preis für den ganzen Monat. Also ich kann auch den ganzen Monat drauf. Ich habe meinen Mund nicht mehr zugekriegt. Ich dachte mir so, was geht ab? Richtig krass, richtig krass. Und dann habe ich halt gefragt, ja, wie ist das denn? Ist der immer abgeschlossen? Wie komme ich denn da rein? Kann ich denn dann überhaupt da drin schlafen? Oder muss ich halt irgendwo anders hin vorher fahren? Und dann meinte sie, ah, kacke, das hat sie vergessen zu fragen. Und dann dachte ich mir so, okay, ja, auf jeden Fall weise ich jetzt schon mal einen Platz. Also da war ich erst mal so erleichtert. Ich war so erleichtert. Das war so gut. Jetzt ist nur die Frage, okay, was mache ich bis dahin? Wie schnell sind Spanier morgens drauf, dass ich sage, okay, ich komme um 8 Uhr vorbei, bringe meinen Camper und danach düse ich zum Flughafen? Von wo bleibe ich denn vorher? Und so, aber das waren nicht mehr so die wichtigsten Sachen. Auf jeden Fall haben wir immer wieder versucht, da anzurufen. Und habe in der Zeit dann auch den Platz, wo das Zelt war, so ein bisschen aufgeräumt, damit sie halt auch ihre Koalition wiederkriegt, hat sich noch um ihren Sohn gekümmert, der halt leider ein bisschen krank ist. Aber ja, irgendwann haben wir dann nochmal angerufen. Und ja, dann hieß es, wir können jederzeit drauf, ich kann einen Schlüssel bekommen und dann auch immer im Camper sein in der Zeit für die zwei Tage jetzt. Und ich dachte mir so, wie perfekt ist das denn? Wie mega perfekt ist das denn? Ja, und dann dachte ich mir so, voll gut. Vor allem auch, dass die dann halt angerufen hat. Und dann sind wir dann irgendwann, als wir die dann nochmal angerufen haben und uns da sagen, dass wir jetzt kommen, sind wir dann rübergefahren. Aber da stand keiner da, wo wir hinwollten, auf diesem Platz, wo wir dachten, dass es ist. Sondern da stand dann jemand vor dem Tor und winkte uns entgegen, von wo ich angerufen hatte. Ich dachte so, ja, das ist aber nicht der Platz, der ist doch voll, da hatte ich doch angerufen. Und dann kommen wir da hin. Ja, cool, dann kommt mir mal hinterher und ging dann halt auch auf den Platz drauf. Ich dachte so, hä, was ist denn jetzt los? Ich habe da doch heute Morgen angerufen. Und der dann so, ja, vielleicht haben die einfach was gegen Ausländer, ich weiß es nicht. Oder es war ihnen zu kompliziert, ich habe gar keine Ahnung. Aber auf jeden Fall durfte ich dann da drauf, stehe jetzt zwischen zwei Campern, also 50 Zentimeter auf der linken Seite entfernt und vielleicht 1,20 auf der anderen Seite entfernt, von einem anderen Camper, stehe jetzt hier, habe sogar Strom und ein mega netter Herr hat gesagt, ich kann auch Wasser haben und so, ich kann hier drin bleiben. Und ja, der Hammer. Also ich habe jetzt meinen Platz, ist immer noch die anderthalb Kilometer entfernt vom Bahnhof, aber das ist ja gar kein Problem, da kann ich in einer Viertelstunde easy rüberlaufen und mir ein Ticket holen. Da weiß ich auch schon direkt, wie ich zum Flughafen komme, da muss ich einfach nur Zeit einplanen, dass ich am Flughafen genau weiß, wo ich bin und so. Also so gut, so richtig, richtig gut gelaufen letzten Endes. Und Luana meinte auch, also ihr tat das so leid, ich hatte sie auch nochmal gefragt gehabt, ob das irgendwie, ja, dass ich dann hätte vielleicht helfen sollen oder können besser. Aber sie meinte auch, nee, das ist gar nicht deine Aufgabe, so du brauchst hier uns nicht gar nicht zu helfen und auch wenn du nicht irgendwie die Show mitspielst, wenn du dann wiederkommst oder so, das gucken wir dann spontan mal einfach. Du kannst dann trotzdem auch bei uns bleiben, sofern die Behörden das halt erlauben. Sie wusste halt nicht, dass es so ein Problem gibt, weil als sie damals bei einem anderen Zirkus in Spanien untergekommen ist, in der Nähe von Madrid, war das auch gar kein Problem. Aber manche hier in der Gegend in Katalonien, die haben halt sehr, sehr viel Bürokratie und sehr viel, ja, was da geregelt werden muss. Und deswegen war ihr das gar nicht bewusst, sondern das haben halt nur die Vermieter von dem Zelt, die sich über die berührlichen Sachen halt informieren und das halt für sie machen. Die wussten das halt einfach nur, ja. Und von daher, ja, ihr war das auch echt unangenehm und echt peinlich und dass ich das halt dann nicht sofort, ja, wusste und dass sie das nicht wusste und mich halt so eingeladen hat, aber es ist alles in Ordnung. Ich meine, wir haben ja jetzt eine super Lösung gefunden. Sie hat sich auch schon ein paar Karavans angeguckt, die sie eventuell kaufen könnte, um halt Sachen unterzulegen, ja. Ja, von daher, Ende gut, alles gut, Fragezeichen. Also richtig, richtig gut gewesen. Mega, ich bin sehr dankbar für diesen Platz hier. Richtig gut. Und auch gut, dass ich sie hier hatte, dass ich sie einfach kennengelernt habe Anfang des Jahres und, ja, dass es so super läuft und wir verstehen uns einfach so gut und ich würde halt echt gerne noch ein bisschen bei ihr bleiben. Mal gucken. Naja, gut. Soweit erstmal. Sule ist sicher untergebracht. Uff, wir können alle aufatmen. Vor allem kann ich ganz entspannt nach Hause und meine Kids betreuen, ohne die ganze Zeit an Sule zu denken. Uff.